Liliane Susewind ist kein normales Mädchen. Ich kann mit Tieren sprechen. Mit dem Morgen Sonnenschein. Ach, Bonsai. Hast du Lust auf ein Wettrennen? Na klar. Doch jede besondere Begabung... Oh nein! ...hat ihren Preis. Susewind. In 24 Stunden sind sie weg. Jedes Mal, wenn sie mit Tieren spricht, dann geht alles im Bach runter. Ich will nicht noch ein einziges Mal umzulösen. Bis sie ihren Eltern etwas verspricht. Ich werde nie wieder mit Tieren sprechen. Außer mit Bonsai. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist. Du kannst den ganzen Tag mit mir reden. Nach der erfolgreichen Kinderbuchreihe... Wie ich sehe, freut ihr euch alle auf die Projektwoche. Im Zoo. Wie bitte? Das klingt ja nicht gut. Wir haben Publikum. Kommt mal mit mir. Der Ronny ist noch ein Baby. Hallo. Aber was... Hilfe! ...wenn im Zoo plötzlich Tiere verschwinden... Bitte sag mir, dass das nicht schon wieder passiert ist. Doch. Wir haben den kleinen Ronny geklaut. Was? Wo ist mein Sohn? Vom Regisseur von Die wilden Kerle. Aus Paradiesia werden Tiere gestohlen. Wir finden raus, wer der Tier die ist. Ihre Bestellung ist fertig. Willkommen in der Hölle. Passt auf euch auf! Was macht ihr hier? Stimmt! Liliane Susewind. Ein tierisches Abenteuer. Was hast du gesagt? Dass du ein Stinker bist. Du hast deine Sorgen das letzte Mal vor... Was? Fünf Tagen gewechselt? Das waren höchstens drei. Auf euch. Nummer. Deine. Ich überrasch.